Das Rockhaus wird über den Sommer die Baustelle sein und wir freuen uns darüber. Erstens wird die Fassade eröffnet. Besonders freuen wir uns natürlich auf die neue Publikumsgarderobe, die ab Mitte Juli dann angebaut wird, damit endlich unser Publikum auch bei Schlechtwetter oder im Winter wirklich genug Platz es gibt, damit die Mentor, Rucksäcke etc. auch abgegeben werden können und auch von allen, die das Konzert oder die jeweilige Veranstaltung besuchen. Genauso freuen wir uns aber auch über das erste Baugerüstkonzert auf der Welt, wie mir gesagt wurde, wo auch wir unsere Freude und unseren Dank an die ganzen Firmen, Mitarbeiter, an die Stadt damit ausdrücken wollen. Genauso geht dann das Programm trotz Baustelle im Rockhaus weiter. In der Bar wird es wie immer im Sommer eine Menge toller, interessanter Konzerte geben. Nur von 18. Juli bis Ende Juli ist auch die Rockhaus Bar geschlossen. Und ab 9. September geht wieder das ganze normale Programm mit Saalshows und so weiter den normalen Gang weiter. Danke. Und jetzt stoppst du dich gerade bei der Geschichte.